Die 99ers einen weiteren Sieg und im Finish eine Massenschlägerei. Elf Sekunden vor Spielende ist dieser brutale Stockwurf von Jeremy Rebeck, der das entscheidende 4 zu 2 für den KAC durch Daniel Welser nicht verhindern kann, der Ausgangspunkt für eine zünftige Rauferei. Rudelbildung und die Spieler reichen einander die Faust zum Große. Dafore, die Potsdamen.